Äh, Tolga, du kannst deinen Hund dich freilaufen lassen. Was ist, wenn er wild jagen will? So, wir haben hier einmal den gefährlichen Kampfhund. Und wir haben hier... ...wild. Reeve, komm mal zu mir. Komm mal ran. Hast du die überhaupt gesehen? Guck mal. Was ist das? Reeve, Reeve, guck mal. Guck mal. Aber wer ist das? Ja, die meine ich. Hm? Guck dir die mal an. Da. Guck mal da. Absolut Desinteresse. Untertitelung des ZDF, 2020